Kürbauer Redschwurz die Fugze der ich schäre ich habe jetzt nicht einfach Prozent Euro von und er ist nicht er macht es nicht nur und dann Karpur das ist ein da er ist Kanzer es ist nicht möglich es scheiße und er ist da uns zu sehen gespielt da ist auch noch nicht das ist so schön hat er kann man eh vollbeschubel diese also wasser hochkern da an Ah! Also! Los geht's! Mal gucken, ob ich dich erwisch! Seh'n dich! Alter, auch böse! Nein, kein Schneeball! Noch! Ja, genau! Geil! Schneeball ist echt dumm! Besonders, dass man da doch nur so hässige Minuspunkte kriegt! Nein, der hat mich auch erwischt! Wer ist höher von uns beiden? Du bist zweiter, gell? Ja! Ja, das... Hat doch erst angefangen! Wie sieht man das? Ja, dass er, wenn du zerdrückst! Hä? Und mir kommt halt die Liste, wie viele Punkte ich hoffe, dazu! Da hab ich's lieber gefiltert! Ja, hab ich's lieber gefiltert! Hab bei! Fuck! Ja, das ist gut! Ich find' eh, ich find' eh, ich find' eh, New York Town, oder wie das heißt, das ist die beste März! Da werde ich voll oft erster! Da werde ich voll oft erster! Und dann startet FUCK man! Ja! Höro! ảnse von der absence auf Pikphan Oh, das ist das Pitt. Oh! Was ist٩? Ich- hab' ich alles guckt in Chat? ich habe das weiß ich bekomme ich gerade eben ja das war ich nicht normalerweise bin ich gut aber ich bin einfach nur so ja genau der macht ihn äh 316 klar A da kennt einer von hinten der Messer da wird es ich war daneben geworden das war peinlich aber dann habe ich ich bin so richtig geil ich habe jetzt einfach mal so das war schon mal ich bin ich bin es 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 Wo nutzt du dich um? Jetzt hab ich ein Pfeiler bekommen. Scheiße. Wenn du Pfeil abkommst, weißt du. Ja, aber das war doch kein Pfeiler, hab ich gar nicht gemerkt. Ich geh's nur noch auf dich. Halbes Herz. Nein! Ich hab' hochgejagt. Wie vieler bin ich? Ich bin zweitletzter. Ich bin zweitletzter. Ich hab' mich in der Erde getötet. Also. Ich hab' mich in der Erde getötet. Ich hab' dich. Alter, wird ich den Opa abschießen sollen. Ja, tut mir leid. Okay, nächstes Mal nicht. Jetzt geh' ich nicht mehr so auf dich. Der wird mir jetzt auch getötet. Klasse. Nein, der hat mich mit dem Schneeball erwischt. Das ist das mieseste, wenn du da noch 50 Punkte abgezogen bekommst. So steh' ich auch nicht. Ja, das ist einfach nur unfair. Bei 25 oder 15 würd' ich ja noch verstehen, aber... … Achtung! Hat er dich? Nein. Nein, ich wollte nicht im Schneeball töten. Hey! es gibt dort ist vielleicht mit dem der Mann und die ein ein ja ein was soll das erhältlich ist ich hab ihn der Echt der Bärse er hat mich hier gekillt Ok Alter Wow, das war... Ja, dritter Dreck Wie viel da bist du? Boah, soll ich das wissen? Z, zweitletzter mit 195 Punkten Also, ciao